Der Saal war voll, viele Gäste ergatterten nur noch einen Stehplatz. Über 500 Besucher wollten ihn sehen. Christian Ude, den Spitzenkandidaten der SPD für den kommenden Landtagswahlkampf. Als Wahlkämpfer war Ude aber nicht gekommen. Er wollte viel mehr als Humorist die Politik aufs Korn nehmen. Man muss dann natürlich als Politiker auch Humor haben. Und wenn man satirische Texte schreibt, etwas von Politik verstehen. Aber ich bilde mir eigentlich das durch inzwischen. Und kann deswegen manchen Blick hinter die Kulissen dieses seltsamen Gewerbes eröffnen. Und brauche nicht alles selber bierernst nehmen, was man so treibt, den lieben langen Tag lang. Eingeladen wurde Ude vom Lindauer OB-Kandidaten Gerhard Ecker. Der ist seit Jahren mit ihm befreundet und freute sich auf die humoristischen Einblicke in die Politik. Einen ganz fröhlichen, unterhaltsamen Nachmittag. Ude ist ja bekannt für seine kabarettistischen Fähigkeiten. Und die wird er heute Nachmittag unter Beweis stellen. Tagtägliche Begebenheiten aus dem Leben des Oberbürgermeisters. Lustiges aus dem Rathaus. Wer Ude zuhört, der hat so einiges zu lachen. Übrigens ein Schelm, wer Böses denkt. Mit Wahlkampf hatte der Auftritt Udes natürlich nichts zu tun. Zumindest offiziell. Also ich würde nie Wahlkampf im Sinne einer politischen Auseinandersetzung mit der Gegenseite bei satirischen Abenden oder Nachmittagen machen, weil damit der ganze Witz und die Selbstironie und die Leichtigkeit dahin wäre. Aber natürlich nehme ich billigend in Kauf, dass solche Lesungen der SPD zu vollen Sälen verhelfen. Das war zuletzt so in Günzburg und in Aschaffenburg und jetzt eben hier in Lindau. Und bei der Gelegenheit nehme ich weiterhin billigend in Kauf, dass die Leute es recht sympathisch finden. Über seinen Konkurrenten Horst Seehofer wollte der Herausforderer übrigens nichts Schlechtes sagen. Schließlich sei der ja derzeit unser aller kommissarisches Staatsoberhaupt. Ich versuche ja überhaupt nicht, jetzt mich despektierlich über den Gegenkandidaten zu äußern. Er wird das selbstverständlich gut machen. Er weiß auch, dass er es nur vertretungsweise tut und wird eigentlich sein Ministerpräsidentenamt als die politische Aufgabe begreifen und das andere mehr als eine protokollarische Pflicht. Ein launiger Nachmittag also mit dem Münchner Oberbürgermeister, der deutlich mehr zu bieten hat als öde Politik. Politisches Kabarett wäre als Bezeichnung für Udo wohl übertrieben. Kabarettistischer Politiker trifft's da wohl eher.